Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge 7 days to die mit dem guten Pappnase. Hallo Pappnase. Hallo, hallo, hallo. Großes, großes Problem. Ich bin schon zweimal gestorben, während ich nicht aufgenommen habe und Pappnase kämpft noch mit sich. Wir haben hier einfach kein Glück. Ich habe eine Spitzhacke gefunden, immerhin. Ich habe einen Sledgehammer gefunden und so eine Gardening-Hau. Wie gut, dass das war. Ich habe auch Sachen gefunden, die kann ich noch lernen. Shotgun-Schematic und den Sledgehammer-Schematic. Lerne ich einfach mal. Oh, kein Kind. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir unbedingt Wasser finden müssen. Und darum bin ich auch schon rausgeflitzt. Okay, ja, wir brauchen wirklich Wasser. Oh Gott, dieses Werksgelände ist ganz cool gemacht, aber taucht nicht die Bohne, ne? Nicht wirklich. Die Temperatur steigt auch gerade mal wieder. Kann natürlich auch leicht an dem Biom hier liegen. Ja, das liegt schon... Ich glaube hier, das Biom an sich ist sehr heiß. Der ist sicherlich zu. Ich muss jetzt hier aber erstmal weg. Oh, ich bin bei dem Zombie. Ich habe nur noch 16... Komm schon, komm schon, komm schon. Bier! Wie kommen wir denn jetzt hier lebend wieder raus? Scheiße. Ich bin hier raus. Ich bin einfach rausgelaufen, Tim. Ich bin einfach rausgelaufen. Ich bin auch einfach rausgelaufen. Warte, ich komme zu dir. Zombie! Oh, bei dir drin. Ja. Ich erinnere dich nicht. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Ist gut. Lass uns raus aus dem Biom. Das ist ätzend hier. Ja, aber in den Häusern finden wir Wasser und so. Wir müssen ja erstmal weg. Was für ein furchtbarer Start schon wieder. Wir haben da eigentlich mal einen vernünftigen Start in Seven Days to Die. Wir haben nie Glück. Weiß ich nicht. Da! 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 Da sind die coolen Apartments. Wo? Ja, hier ist aber zu heiß. Ach ja, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Aber es ist doch hier zu heiß. Eine Feder. Ach, scheiß auf die Feder. Ah, nein. Ah, die Nacht war die Hölle. Also, oh. Was haben wir hier für einen Laden? Ähm, Shotgun Messias oder was stand da drin? Ja, Shotgun Messias. Ich habe ein Wasser. Ingriffe. Ich verdurste nicht. Ja! Okay, den Shotgun Messias, den können wir uns später unter den Nagel reißen. Deshalb müssen wir uns hier ein schönes Apartment sichern. Mein Müll! Mein Müll! Kannst du haben. Rucksack. Äh, Hut? Eine Keule. Oh, der ist gut. Ich sammle einfach mal alles ein. Slow. Ach, scheiße. Was denn? Ach, wieder zugeschlossen, jetzt hörnend. Ja, warte, ich komme. Die Kaufe, wo? Oh, der nervig, ey. Mhm. Oh, boah. Würde man einen schönen Knüppel nicht kaputt machen, ey. Okay. Erinnert mich an irgendeine Staffel, die wir schon mal gemacht haben. Ja, ja, die Minen. Ja, ja, und die Minen waren auch da. Ah, genau, ja. Wer schließt denn hier ab? Links ist offen. Wer schließt denn hier ab? Ernsthaft? Ich weiß auch nicht. Nehme ich trotzdem hier mit. Oh, das Bett sieht nicht mehr gut aus. Okay, unterste Etage würde ich jetzt nicht empfehlen. Geh einfach mal eine Etage hin. Ach, alles gut. Ist so hell hier im Treppenhaus. So. Alles so leere Wasserwählter. Na, besser ist nix, ne? Oh Gott, hier ist ja nix, ey. Wasser. Dose. Ich hab ne leere Dose gefunden. Juhu. Kühlschrank. Oh, Mist. Ich bin schon wieder beim Erhitzen. Das kann doch nicht wahr sein. Das geht... Oh. Ich hab ein Wasser. Ich hab ein Wasser für dich. Ich hab auch ein Wasser. Gerade gefunden. Okay, dann brauchst du das. Noch eins, noch eins. Ich hab zwei. Okay. Vitamine, Blutpack. Boah, nimm Vitamine, ey. Für die Wellness. Geht der ja runter wie nix. Ja. Leere Gläser Wasser hab ich ein paar. Ah, hier ist wieder alles abgeschlossen. So, jetzt will ich hier aber nochmal gucken. Wie gut. In der Toilette. Ah, dass man das Wasser da nicht mehr aufhören kann. Das ging, das ging ja mal gut, ne? Jetzt geht's gar nicht. Ja. Abgeschlossen. Irgendwo ist ein Zombie. Hör ihn. Oh. Die ganze Wand dicht. Ätzend. Kannst du ja zwei Stunden wieder kloppen. Also, bei mir scheint die Hitze grad runter zu gehen. Ich hab 103. 4,9. Wie grad hatte ich 95, jetzt hab ich 94. Da krieg ich auch ganz langsamen Lebensenergie dazu. Oh, scheiße. Komm ich hier durch? Nein. Doch, doch. Undetected. Your skill in Mining Tools is no level 2. Oh, meine schöne Axt. Äh, Spitzsacke. Es geht um. Nimm mir diese, 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 diese Steine aus. Reparieren. Wie repariert man? Äh, auf das Tool draufklicken. Und dann siehst du oben, ähm, die, die Auswahl Repair. Ne, hab ich nicht, weil. Weil dir, du brauchst Forged Iron für das Zeug. Darum kann ich meine auch nicht reparieren. Wo ist denn der Scheiß-Zombie? Er ist doch nicht weit weg. Es brodelt doch hier auch. Oh Gott. Oh Gott. Das dauert 100 Jahre hier. Oh, ne, äh, Repair Tool. Oh. Da ist der Zombie. Ich hör ihn. Ja, der ist bei mir. Okay. Ich kann ja, wir müssen meine Nachrichten lesen. Was denn? Zweimal noch. Ich bin drin. Nein. Eine Eisenspitze. Er ist tot. Eine Jacke. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ein Müllbeutel im Weg. Das ist wahrscheinlich stockwerk überwähl. Ja. Komm, jetzt geht kaputt, Müll. Mann. Kaffee. Kaffee. Yeah. Das Problem ist gelöst. Alles leer. Ich glaube es nicht. Ein Tochter, ein Kochtopf, ein Kaffee. Geil. Noch ein Wasser. Apropos. Mal gucken, bei diesem Apartmenthaus-Dingsbums hängen, glaube ich, ab und zu diese Gardinen vor den Fenstern. Genau, genau. Wir brauchen Schlafsäcke. Super, super, super wichtig. Ist ja nix. Ich drücke mal eher. Das... Ein Beaker. Yeah. Wir werden fortschrittlicher. Ja. Und wieder alles abgeschlossen. Alles. Jede scheiß Tür ist so. Alkohol. Nö. Mercury Water. Ein Bett. Ich hab... Kann ich das nicht aufsammeln? Hier ist alles dicht. Es ist aufgesammelt. Noch ein Rohr. Äh... Your skills, scavenging is now level 4. Boom. Löffelt aber schnell. Ups. Äh? Ich meine, es sind keine Zombies hier. Das ist ja schon mal etwas. Hier sind keine Gardinen. Sind die jetzt weggemacht, damit man es noch schwerer hat, oder was? Was hab ich denn hier die ganze Zeit auf? Ah. Komm raus mit diesen scheiß Reaver Frames. Oh, Ham. Mir wird kühler, aber er beschwert sich trotzdem. Boah, viel leere Gläser. So. Das ist eine Folge. Hundefutter. Hm. Jam, jam. Tausche ich aus gegen nichts. Wer braucht schon Essen, ne? Boah. Ja. Mais. Dreimal Stoff hab ich aber. Der scheiß Knochen braucht kein Mensch. So. Bin ich auf dem Dach. Boah. Die meisten Räume konnte man nicht besuchen, weil sie da alle abgeschlossen sind. Was? Oh. Eine offene Tür. Was geht ab? Echt jetzt? Ja, hier sind Türen offen. Tatsächlich mal. Tatsächlich mal. Ich brauche Medikamente. Blutabnahmesystem und ein Splint. Ist ja cool. Ja, den werde ich wohl sehr früh benutzen müssen. Alles offen. Geil. Oh. Geiße. Zweikoch bitte. Was hat er denn für ein Leiden? Er stinkt. Er braucht Medizin. Er ist verseucht. Ach so. Aber man ist ja nicht ewig verseucht, ne? Hm. Ich glaube nicht. Eins. Toll. Essen. So. Ich stehe hier. Oh. Hier ist er. Das ist mir super geizig geworden, ne? Hm. Vom Loot her. Ja gut, den Loot kannst du ja einstellen. Ja, du willst ja auch nicht zu viel Luxus, ne? Hm. Er soll schon spannend bleiben. So. Level 5. Oh, mein Level ist aber echt fix. Glose Mampfen. Level 5? Ich bin jetzt mal Level 2. Wieso denn? Skill. Level ist das. So. Mal essen, da ist was. Ach, hier war ich schon dran. Oh, ich bin ganz oben. Weiter geht's nicht hoch. Aber es gibt keine Gardinen. Geise. Es gibt gar nichts. Die Gardinen waren mal. Das hat sich. Was ist mit so ein Bett? Tackle mine. Es gibt Eisen im Bett. Eisen im Bett. Okay. Item is broken. Needs to repair. Ja, okay, ja, ich muss das reparieren. Nein. Auch ein Buchregal. Was leer ist. Auf das habe ich gar nicht geachtet. Ich depp. Nein. Wie spielt haben wir denn jetzt hier? 10 Uhr 44. 10 Uhr 44. Boah, das ist ja elend hier. Skill in Blunt Weapons is no level 2. Mein Gott, man levelt aber wirklich gut. Bücherregal, Bücherregal. Lockt. Hier, Popnase, wo bist du? Äh, zweite Etage müsste das sein. Da, bist du. Fernseher. Guck mal, Kettig. Du bist komplett schwarz. Ich? Du bist total verbuggt. Du bist aber auch ziemlich schwarz. Aber bei dir sieht man trotzdem noch irgendwie Konturen. Ja, man kann so erahnen bei dir. Bist du eine Frau? Hast du nicht für den Mann? Keine Ahnung. Wie ich nicht? Wo bin ich denn hier? Äh. Nee, ich bin, ich bin Kerl. Nee, warte. So. Ähm, wir gucken mal hier. Was ist das denn jetzt? Wo bist denn du? Da. Äh, Level 1. Ich bin immer noch Level 1. Haha. Wellness 76 von 200. Food 90. Water 31. Können wir doch mal ein bisschen was Gutes tun. Geht das auch so? Nein. Aber man kriegt langsam Energie wieder dazu, ne? Ja. Geht das vielleicht hier? Weiß ich. Wieso kann man an den Wasserhahn sich ja seine Gläser nicht voll machen? Weiß ich nicht. Im Klo auch nicht. Die Temperatur steigt mit dem Scheiß hier. Ja, wir müssen aus dem Biom. Dann zieht das aus. Wir müssen hier aus dem Biom raus. Keine Ahnung. Jetzt sind sie wieder. Ja. Ups, jetzt habe ich ein Glas Wasser getrunken. Wollte ich gar nicht. Ich hau ab hier. Komm, wir hauen ab. Das hat keinen Sinn. Alles klar. So. Ich folge dir. Ja, ich renne einfach. Wie bekloppt. Essen, trinken bin ich satt. Ich habe ein Messer, ich habe eine Keule. Also soweit ist ganz gut. Wir haben 11.55 Uhr. Wir haben also noch Zeit. Ein neues Heim zu finden. Und es wird gleich wieder heiß. Dann kann man ja später nochmal wieder herkommen. Aber ein Stadtbiom ist zum Start einfach eine kacke Idee. Ja gut, jetzt haben wir es ja auch verkauft. Das ist ja auch kacke Idee. Voll stark. Ich muss voll auftreffen. Oh, da ist noch ein Laden. Kann man da nicht her? Nee, das sind diese Working Tools. Oh, super. Wollen wir da reingehen? Wir können es nicht zerkloppen. Doch. Die Kisse. Es dauert 100 Jahre, bis wir was zerkloppen. Was ist denn mit mir immer wärmer? Wespe. Oder? Nee. Hier. Vielleicht sind da ja auch Kisten, die offen sind. Ein bisschen gehört ein Bier. Ich hab ein Bier. Äh, äh. Jetzt weiß ich nicht mehr. Boah. Hier oben ist die Kisse tatsächlich. Leer. Ach, leg mich doch. Noch ein Bier. Nix. Boah, ich hab keinen Bock, die zu zerkloppen. Das dauert so lange. Ja. Ich brauch Medikamente, ey. Mann. Ich bewege mich. Dann ist das unglaublich spannend für meine Zuschauer. Was denn? Ich lauf die ganze Zeit um die Kiste herum. Hahaha. Du machst also Stimmung und Action dabei? Ja. Ja. Wasser. Nix. Wie geht denn hier? Komm, Medizin. Ja, die Vantage. Sehr gut. Hui, 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 knopf, 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 knopf. Mein Name ist Pappnase. Kein Stein. Ich spüre, denn die prickelnde Action bei dir. Klop, klop, klop. Äh, 15 Jahre. Ist eine offene Toilette. Vielleicht müssen die Toiletten ja offen sein. Ich weiß es nicht. Also. Ne. Das sind was? Untouched? Ne? Kannst du im Klo reingucken? Echt? Ja. Und so was tust du? Ich hab erst jetzt mal einen Blick reingeworfen. Ach so, ja, da sind die Küttel drin. Ein. Ein. Oh, die ist schon fast offen. Das ist ja nett. Was? Die Kiste. Ne, ich hab auch weines reingekloppt, aber jetzt ist meine Dings kaputt. Meins. Alles meins. Ich muss hier noch 20 mal mit dem Messer drauf pieken. Das ist alles safe. Mein Loot. Na, verdammt. Auch. Ein Waffenrepair-Kit kann zu haben. Ne, will ich nicht mehr. Hat sich nicht gelohnt, ne? Hier war echt eine Scheiße. Okay. Wirk' ein bisschen kühler wieder. Komm raus aus dem Problem jetzt hier. Fuck. Orgaschematik. Was? Na, Orgaschematik. Oh, cool. Weil Tim durchsucht ja nur die Hälfte. Wo war das denn? Das war in so einem Aktenschrank. Ach so. Ja, ich bin immer so schnell am Durchsuchen. Also wollte ich dir auch was übrig lassen, weißt du? Hier ist noch ein Messer. Ein gelbes Messer. Okay. Lass es mir da. Einfach auf die Straße im Rucksack. Das Biom muss doch mal ein Ende finden. Das kann doch nicht wahr sein hier. Das ist ja gigantisch. Ich schaue gerade mal für den... Ne, wir laufen definitiv nicht zurück. Nein. Ich laufe jetzt einfach mal querbeet hier durch den Wald. Mach das. Also ich muss doch mal ein Ende finden hier, das Biom. Es kann doch nicht sein, dass das so gigantisch ist. Ist doch ein random generierte Riesen-Map. Ich brauche noch ein bisschen davon. Ein paar Steinchen. Ich habe keinen Platz mehr. Meine Tasche ist voll. Meine auch. Aber ich habe eben alles sammelt, ey. Ich sammle immer jeden Mist ein, ne? Ja, aber ich habe auch so viel wertvolles Zeug. Ja, aber ein paar schöne Sachen habe ich. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Fast nicht mehr. Also das Biom muss doch mal ein Ende haben. Das kann doch nicht wahr sein. Straße. Boah, was ist das für ein Biom, ey. Mir wird wärmer. Ich kann nicht mehr rennen. Mir wird auch wärmer. Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Papst, renne ich weg? Wo ist du denn? Ich bin jetzt... Ach, da. Ich bin jetzt... Pass auf, hinter dir sind Zom. Ja, pass auf, ich kann nicht mehr rennen. Ich kann mich auch mit dir nicht prügeln. Komm, ich greife ihn von hinten an. Ey, was, was, was? Der trifft mich, obwohl er gerade umfällt. Ich bin tot. Enkel, das brauchst du welche? Ja, unbedingt. Ja, gut. Nein, nein, nicht gekrocht hat. Um Gottes Willen. Ich tausche aus. Ich tausche aus das hier. Das kann man mitnehmen. Komm, wir müssen hier weg. Nase. Ja, wo ist denn? Komm, man den... Oh, rennen den überhaupt anzüllen. Ey, der kann doch rennen. Nein. Geh weg. Ich kann nicht weggehen. Das ist... Ich bin gestunt. Wieso denn? Wieso bin ich denn gestunt? Ich kann mich nicht bewegen. 15 Lebensenergie. 13. 12. Boah, gut, dass ich gerade den Dings genommen habe. Painkillers. Komm, weg hier. Wir müssen einfach... ...in den friedvolleren Biomen. Das kann doch nicht wahr sein. Komm. Ich trinke Wasser. Irgendetwas muss ich tun. Das ist eine Katastrophe. Soll ich mal kurz hier Wasser austauschen. 20 HP wieder? Ich kriege gerade so viel HP. Was denn jetzt? Laufen wir noch richtig? Bugeln jetzt. Mir geht es dir da einigermaßen gut, tatsächlich. Hä? Da bist du. Kaffee. Ich kann jetzt nicht mehr rennen. Oh, ist das nervig, ey. Voll hart. Boah, was ist das für ein Riesenhammer, ey. Du kannst ja gar nicht hochheben. Essen, Wasser. Was habe ich denn alles mit hier? Wie bin ich überhaupt angezogen? Ach ja, bist du auf eine Unter... Ja, eine Jacke habe ich immerhin an. Was ist die Straße voll mit? Das muss doch mal ein anderes Video umkommen. Das kann nicht wahr sein. Was ist die jetzt? Was fehlt mir denn, dass ich jetzt nicht mehr rennen darf? Ich bin überhitzt. Ich kann dir anbieten, äh, Mercury Water. Nee, Wasser habe ich. Was ist in Ordnung? Ach so. Also wenn ich jetzt auf meinen Charakter gucke, Food, äh, 78, Wasser, 64. Alles gut. Nur, ich bin zu heiß. Ja, aber wenn du... Wenn ich trinke... Mit Wasser kannst du, ähm... Passiert gar nichts, wenn ich Wasser trinke. Jetzt habe ich nur noch ein Wasser, das würde ich jetzt nicht vergucken. Ach komm, scheiß drauf. Nur, ich bin noch heißer geworden. Was? 120. Äh, zieh mal deine Kleidung, deine Kleidung vielleicht. Hast du irgendwie eine Jacke an? Ja. Du hast eine Jacke an, zieh die Jacke aus. Wie? Wie Jacke ausziehen? Jacke ausziehen. Die Jacke macht irgendwie plus 30. Ernsthaft? Ja. Ist nämlich schon ein Schaden. Yo, mir wird kühler. Blaubeeren. Und Painkiller. Den nehme ich direkt. Yo, mir wird kühler. Mir wird kühler. Wieso hat man denn eine Jacke, wenn man... Ach, scheiß drauf. Oh, gut. Kommentar auf Empyrean. Oh, nee, ist mir zu langes Kommentar. Ich kann nicht rennen. Also ich habe das große Problem, dass ich nicht rennen kann. Okay. Wir holen mal direkt den hier aus. Oh, das ist noch einer. Das ist noch einer. Hilfe, Hilfe. Ähm. Komm mal. Wo denn? Rechts neben mir. Also von dir aus links. Da. Auf die 12. Oh. Oh. Nein, meine Keule. Knüppel ihn doch. Der Scheißhammer ist nicht so schnell. Boah, sind die am knistern. Oh, naja. Den Klima kann ich jetzt nicht mitnehmen. Alter, wir müssen weg. Ja, ich wundere mich auch, warum dieses Biom nicht zu Ende geht. Es ist... Ich kann auch nicht mehr rennen. Echt? Hm. Das ist Action LP hoch 3. Macht der Helm irgendwas? Der, der Hut? Wer macht das? 10. Ach, hier der Hut, ähm, minus 10. Ich hab Bier. Ich hab Bier. Willst du ein Bier haben? Trinkt das. Ja, gut. Ich hab vier Stück. Immer hier. Hier, zwei für dich. Ich bin eigentlich nicht einsam. Ich muss was wegwerfen. Ja, ich kann wieder rennen. Juhu. Und dann sagt man, mir ist ungesund, ne? Ja. Ich weiß nicht, sollen wir der Straße folgen, oder sollen wir einfach querfeldein gehen? Also, ich würde vielleicht sagen, wir folgen der Straße, oder? Ja, aber sie macht nicht immer Sinn. Das wissen wir ja mittlerweile, ne? Wo läufst du denn jetzt überhaupt hin? Der Straße? Ja, ne, du warst nur ein Stückchen weiter schon als ich. Scheiße. Kann ich mehr rennen? Trink Bier, das geht. Also, ich kann seitdem wieder rennen. Ja, hab ich. Ich hab jetzt schon alle beide leer getrunken. Ja, ich kann ein bisschen rennen. Also. Ich werde dich gerade auch sehr langsamer. Oh, Biomwechsel. Echt? Es sieht ein bisschen grüner aus vor mir. Könnte sein, dass ein Waldbiom kommt. Und es wird ganz schön, ähm, spät, ne? Wir müssen nur aufpassen. Och, wo ist mein Murky-Wort? Da. Waldbiom. Ich muss es einfach nehmen. Waldbiom. Ich trinke einfach mal das Bier. Nein! Was ist das denn für ein Biomwechsel? Es ist nur ein ganz kleiner Fitzel. Und es ist dann schon wieder. Hä? Ey, ohne Scheiß, ne? Das ist nur ein ganz kleines Stück Grün. Bist du das blöd? Komm, gucken. Durchfall. Ich glaube, wir haben schon wieder einen total kaputten Spielstand, Popnase. Das kann ja nicht wahr sein. Versuche. Wo bist du denn jetzt? Warte. Ich komme so ganz langsam angekraxelt. Guck dir das wunderschöne Biom an, hier. Ja, ich muss erst mal so weit kommen. 119. Scheiße. Hast du eine Jacke an? Nein. Ich kühle gerade ab hier in dem Biom. Ja, ich bin sofort da. Da bist du. Jetzt schau dir dieses üppige grüne Biom an. Oh, es wird besser. Ach, schön. Ist das nicht wunderschön? Ja, auf jeden Fall. Ist auch alles. Danach ist wieder verbranntes Biom. Du, ich glaube, wir sind schon wieder weit über der Zeit, ne? Müssen wir einen kleinen Kappen machen? Ja. Und sag, danke fürs Zusehen und danke am Pappen. Also, wir müssen mitspielen. Bis zur nächsten Folge. Sieben Tage zum Sterben. Genau. Genau. Tschüss.